Dass wir jetzt hier 2-0 verloren haben, was einfach auch wieder mega ärgerlich ist, ist einfach scheiße. Und wir müssen gegen Island zu Hause vor allen Dingen auch eine Reaktion zeigen. Das erwarte ich auch. Und alles andere sollte jetzt nebensächlich sein. Dass alles, was außenrum ist, ist was, was wir ausblenden müssen. Und wir stehen auf dem Platz und wir müssen die Leistung bringen. Und ich glaube, wir spielen alle nicht seit gestern erst Fußball. Und wir wissen, was zu tun ist. Wir haben auch klare Aufgaben auf dem Platz. Und wir müssen es einfach nur auf dem Platz auch bringen. Und das zusammen und nicht irgendwie jeder alleine für sich. Und da müssen wir einfach uns alle jetzt am Riemen reißen. Ja, am Ende haben wir 6 Spiele und wir haben jetzt eine Niederlage. Das bedeutet, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Und haben jetzt nur noch die Chance, über die nächsten Spiele alle zu gewinnen, um da Gruppenerster zu werden.